Herzlich Willkommen im Lager Sobibor. Seid begrüßt im Sobiborlager. Hier könnt ihr gewissenhaft arbeiten und in Würde leben. Bis zu Umsiedlungen in die vom Reich befreiten Länder. Keine Sorge. Zersellen uns zwischen Meeren und Freuden in der Weile. Aus hygienischen Gründen ist es notwendig eine Dusche zu nehmen. Schau mal an! Schau mal an! Schoen!